Zählt zu den erfolgreichsten Turnerinnen der letzten Jahre. Mittlerweile schon 22 Jahre alt. Und es gibt keine Titel, den sie noch nicht errungen hat. Weltmeisterin, Olympiasiegerin, Europameisterin mehrfach. Und auch schon hier beim DTB-Pokal mehrfach erfolgreich. Musik Traditionell folkloristische Musik bei den rumänischen Bodenübungen, auch wenn diese Musik ja eher aus dem Nachbarland Griechenland stammt. Musik Zuckerhara zum Schluss. Musik Sie war die überragende Turnerin bei den Weltmeisterschaften in diesem Jahr. Auch wenn es mit mehr Kampel ist.